Es gibt da in den himmlischen Radiosender, wo das große Heer des Himmels singt. Schalt ein Radio ein, schalt ein Radio, geh auf Empfei. Schalt ein Radio ein, möchtest du das Lied des Glaubens hören? Schalt ein Radio ein, der es dir bringt, schon Kontakt zu Gott, stell dein Herz auf Empfei. Schalt ein Radio ein, möchtest du das Wort Gottes richtig zu, suche Jesus vor Gott. Was an? Denn zögere ich, es ist gar nicht so schwer, und werke seine Sendung, ist für dich, Schalt ein Jesus ein, den Kontakt auch zu Gott. Manchmal, dann solltest du dich fragen, ob du nicht was Wichtiges vergisst. Schalt ein Radio ein, gehe auf Empfei. Schalt ein Radio ein, hat dir da nicht jemand was zu sagen, hast du dich schon an der Nacht gesucht? Schalt ein Radio ein, schalt ein Radio ein, stehe dein Herz auf Empfei. Schalt ein Radio ein, und achte auf die Botschaft, die du hörst, nach außen stört. Nach außen stört, und wach die Augen zu, schalt Jesus ein. Schalt ein Radio ein, er endet seine Botschaft, hör gut zu, suche Kontakt zu Gott. Ja, tust! Stell dein Herz auf Empfang. Sei bereit, dann kannst du deutlich fühlen, was für dich das Herrensender bringt. Schalt ein Radio ein, geh auf Empfang. Schalt ein Radio ein, hör ruhig dich hin, dann wirst du wissen, was das Mose hier des Himmels singt. Schalt ein Radio ein, hör einfach zu. Stell dein Herz auf Empfang. Schalt ein Radio ein, dann sendet Gott dir seinen Beistand zu. Schnell auf Empfang. Mach an! Und komm mal zur Ruhe, schalt Jesus ein. Sag ja! Er sendet seine Botschaft, hör gut zu, suche Kontakt zu Gott. Suche Kontakt! Stell dein Herz auf Empfang. Stell dir auf Empfang, dann wird dir klar sein, dieser Weg will dich direkt zum Herrn. Schalt ein Radio ein, schalt ein Radio. Geh auf Empfang. Schalt ein Radio ein, sollte wirklich immer für uns da sein. Und er ist auch dir niemals wert. Schalt ein Radio ein, wird dein Herz auf Empfang. Schalt ein Radio ein, hör die Worte Gottes, richtig zu, suche dieses Programm. Mensch, zögere dich, es ist gar nicht so schwer. Und merke, seine Sendung ist für dich. Schalte Jesus ein, nimm Kontakt auch zu Gott. Schalte Jesus ein, wo ich androidisch ausfabend hat. Schalte Jesus ein, Used singt höher. Untertitelung des ZDF, 2020